Ich liebe es wirklich so, Menschen zu inspirieren und denen das Bewusstsein zu schaffen, dass schon klitzekleinigkeiten einfach eine riesen Veränderung bewirken können. Führung funktioniert eigentlich immer überall gleich, egal ob im Kindergarten, in der Armee oder in der freien Wirtschaft. Ich gebe deswegen ja nie Tipps und Ratschläge, sondern ich unterstütze nur dabei zu reflektieren und dass sie selber auf die Lösung für ihre Probleme kommen. Bis zum nächsten Mal.